Hallo zusammen. Ja, der Stream ist jetzt online. Ich muss aber noch dazu sagen, es gibt eine kleine Änderung. Denn ich habe gesehen, dass ich Trine 3 noch gar nicht gespielt habe. Deswegen spielen wir statt Trine 4 Trine 3. Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber wir fangen sowieso mit Knack an. Knack! Ja, kommt vorbei auf Twitch und ich freue mich auf euch. Bis gleich!